Neue Folge Sniper Elite 4 Herzlich Willkommen zurück bei FabinLP Auf dem Kanal Und wir haben ein neues Nächstes Ziel Das sind blaue Vögel Da ist einer Der hat er bewacht Sonst ist er die Band Ich versuche mich aber trotzdem mal durchzuschleichen Denn wir wissen ja nicht Wer da hinten noch ist Genau, weil da läuft zum Beispiel auch noch einen Und wir wollen erstmal jetzt da hin Ich halte immer noch Ausschau nach dem Steinadler Aber ich glaube nicht, dass das noch was wird So Oh, da muss ich Da muss ich jetzt dringendst weg Wo ist er? Da ist er So Einer ist noch in der Bude Zeigt es mir an Okay, bis jetzt Vier Leute Hier komme ich nicht weiter Schön Ich habe keine Ah, ich habe keinen Unterschall Gut Die habe ich ja gerade noch geleert Dann laden wir schnell nach Hier So Und hier sind also definitiv die Wurzeln So hoch Da kann man nicht durchlaufen Okay Wie gehen wir vor Der da hinten wäre ein gutes Ziel So Unterschallkasse gerade wieder vergessen Deckung aufgeflogen Scheiße Ah Kugelhagel Wegen drei Leuten Gehen wir auf das So Das Snipergewehr müssen wir dringend Also wurde er Genau getroffen Wie wenn ich Jedes Mal genau treffen würde Gut Die Animation kommt jetzt Nicht so oft Jetzt habe ich gedacht Dann hätte ich Aber nicht Aktuell Niemand alarmiert So Aber da oben sehe ich Boah Alter Das ist ja geschützt Hier Grauenhaft Mal schnell die Granate ausrüsten Das sind 10.000 Leute Aber die sind alle Hinter dran Wir gehen jetzt erstmal Die Akten holen Dann haben wir die Nämlich auf sicher Wenn wir sie natürlich finden Aha Interessanter Keller hier Die Akten sind gar nicht hier So Irgendwo da drüben Steht einer Da oben Sind auch zwei Schön zu sehen Wie sie davon rennen So Der kommt aus Irgendwo her Geschossen Bis jetzt haben sie mich Nicht entdeckt Das soll natürlich auch so bleiben Also da stehen 10 Leute Da oben Wo ist denn der blöde Bericht Hier Der Bericht muss doch hier Im Haus sein Finde die Dokumente Aber wo Jetzt kommen sie dann hier rein Wahrscheinlich Alter Granatenaction Haben die auch noch nie gehabt So Hier raus Komm Können wir sie nämlich Von hinten holen So Der wirft eine Granate Der hat ein schönes Gewehr Er hat sich eher selbst fast Noch Schaden zugefügt Als mir So Sind schon wieder ein paar weniger Sie würden mich aber trotzdem Wunder nehmen Wo die blöden Dokumente Sind hier Da oben Da oben ist auch einer Wagt es einer Den rauszuschauen Nicht Der wagt es Aber der ist gleich weg Wir haben 300 Kills Oder wie Der ist auch weg Es ist noch einer oben Haben wir gesehen Oder unten Ist einer Ich habe schön Zeit Zum Reloaden So Weg ist er So Weg ist er Boah Den habe ich auch schön Ja mit der Zeit Ist man wieder drin Dann läuft es auch wieder gut Aber ist halt gerade So ein leichtes Ziel Wenn sie hier die Treppe runterkommen Dann rennen sie genau gleich schnell So Wieder ein bisschen Ausrüstung schnappen hier Der da oben wird angezeigt Aber wo ist er Ah wir sind schon wieder Bald ist wieder alles klar Solange ich hier noch Durchsuche Sowieso Das ist alles Denn bis ich hier Durchsucht habe Aussen sie sehen mich Natürlich jetzt Aber wenn sie sowieso Angst haben Rauszuschauen Dann ja Aber vorhin waren zwei Auf der Map Jetzt ist wieder einer Alles klar Gut Abschiedsbrief Dies ist mein Abschiedsbrief Mein Sohn wird leben In unruhigen Zeiten Der Antifascist Ich kann es nicht aussprechen Abschaum gewinnt An Einfluss Er wird unser Land In eine Zeit Vor Il Duce Zurückversetzen In eine Zeit Von Korruption Und Dunkelheit Du warst immer Mein Lieblingssohn Marzio Jetzt bist du das Familienoberhaupt Gib gut auf Deine Mutter Und deine Schwester Acht Und lass es nicht Erlöschen Das Feuer Sonst ist nichts mehr Zu finden So und ich schaue Eigentlich nur Dieses doofe Haus Hier an Wo der Abschiedsbrief ist Äh der Das über den Abt Der Bericht Und hier ist gleich Noch ein Abschiedsbrief Deshalb es lohnt sich Eben Dass diesmal Dürft ihr den Wieder gerne Alleine lesen Da oben läuft Einer Das reicht leider Nicht aus Wenn der Da läuft Okay Ich suche jetzt Noch einmal Diesen scheiß Bericht Hier Der muss Da hinten 20 Meter 16 Kommt man hier Irgendwo hoch Das hat jetzt sogar Eine Meteranzeige Das habe ich gar noch Nicht gesehen 16 Meter 21 22 Hä Der muss da unten sein Aber wie kommt man da nach unten Das ist wieder mal so ein Fall Den würde ich dann gerne Auf YouTube anschauen Dass überhaupt Einer geschafft hat Oder hier Vielleicht bis zum Ende Ja hier kann man durch die Wände schauen Aber ich komme hier nicht mal auf die Steine Das ist ja ganz klar da unten Aber wir sind da auch sonst nicht hingekommen Na gut Ich weiß es nicht Wir gehen weiter Wir setzen Das als Ziel So Und setzen das Ganze mal fort Wenn wir hier die Leichen durchsuchen Ich habe wohl alles verwendbarer eingesetzt Ich habe es genau gar nichts gehabt Ja es ist bald ein Leichengarten hier Gut Was das ist Keine Ahnung Das ist düsteres Gebäude hier Ich muss irgendwo einen Weg nach oben finden Wahrscheinlich habe ich schon längst einen übersehen Ah ne Da sieht es nicht mal so schlecht aus Da könnten wir was finden Oder Ne Nicht Hier auch nicht Äh Gehen wir auf diese Seite Ja das Kloster sieht jetzt nicht mehr ganz aus wie zu seinen goldigen Zeiten Glaube ich Wir haben keine Unterschall Munition mehr Deshalb einfach rein Das hat keiner gehört Ah doch Das ist doch eine Taube oder Ich bin mir nicht sicher Ich bin mir nicht sicher Schwarz-Weiss Ich muss aufpassen Dass sie mich nicht irgendwo Umlaufen Doppelkill Was Komm ich versuche auch den Ne ist es wohl nicht Geh ich doch mal hier rein So Das ist alles Das Gebäude ist auch noch dazu riesig Okay hier am Ende ist aber nichts als eine Sackgasse Wäre ich doch nicht gerannt Ich tipp Mal schnell nachladen So Jetzt hast du dich erwischt Schön Das war der Offizier Äh Dann schauen wir doch mal Hier unten noch Ob da noch was war Irgendwas Da geht es auf jeden Fall hinab Wo geht es denn da hin Geht es da zu den Aktern in etwa Wo bin ich hier Alter was ist denn das Es flasht mich gerade Was ist denn das hier Boah Und da liegen die Akten tatsächlich Rettet sie und rücke sie aus dem Feuer Judas 1 zu 23 Aha Okay Geil Also das ist jetzt wieder mal So eine Überraschung hier unten Deshalb habe ich sie auch nicht gefunden Würde mich wundernehmen Ich hoffe es gibt ein Achievement dafür Glaube nicht Wie viel das Diesen Raum hier gefunden haben Nicht im Ernst Oder Bin ich da zehnmal vorbeigelaufen Oder wie Okay Ich nehme alles zurück Nee Oh blöd Jetzt muss ich Jumpen ran machen Oder wie So dann wieder hier hoch Komm Und hoch Ich weiß nicht wie lange Das das noch geht Bis wir hier durch sind Da unten hätte es noch was Zu zerstören Da müssten wir Eigentlich noch hin Dann machen wir doch noch eine Folge Äh Aber wir können auch irgendwo Hier raus laufen Wahrscheinlich Wir machen nochmals eine Folge Nächste Folge Schliessen wir das Ganze hier ab Also das ist jetzt wieder Sowas von cool Hier unten Absolut geil Zum Glück haben wir das gefunden Zum Glück schaue ich auf solche Sachen Und wir sehen uns da wieder In der nächsten Folge Bis dahin Tschüss 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 Tschüss